Und als das Lamm das siebente Siege brach, entstand im Himmel eine Stille, die erst nach einer halben Stunde endet. Untertitelung des ZDF, 2020 Und die sieben Engel, die die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in ihre Posaunen zu stoßen. Der gestreckene Tod bittet zum Tanz. Das ist der König! Aufstehbar ein! Der Vogel der Graus am Günder! Zero. In den 56 Sekunden, es takes the bomb to fall. The men of Operation Ivy wait on Perry and any week on Island. Unlike the Mike phase of the Operation, the King phase will be observed from that. The bomb is now at 8500 feet. At 6500 feet. At 4500 feet. At 2500 feet. Approaching 1500 feet. Watch the air override. Die hulle sind in coschrecken! Aufstehen! Wir kommen mit der Gräuter mit Götter und die Krieger mit den Vögel, die Leute der Lüfte, die Leute der Lüfte, die Leute der Lüfte. Das ist ein Arter, der kreist über uns. Der kreist ohne Flügelschlag und der kreist ständig weiter in einer Höhe, in der wir uns niemals, niemals schwingen können. Das ist ein Arter, der Kreist ohne Flügelschlag und der Kreist ohne Flügelschlag und der Kreist. Untertitelung. BR 2018 Komme nieder! Greif ab! Stoß zu! Komme nieder! Greif ab! Stoß zu! Komme nieder! Greif ab! Stoß zu! Wenn deine Finger in ein Gewalt verschränken dich, so dein Schnabel und zufrieden! Warum kann ich Gott nicht töten? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist der König! Der Vogel, der grausamen Götter! Der Krieger unter den Vögeln! Der Läu der Lüfte! Der Läu der Lüfte! Der Gästeige, der Tode! Bitte zum Tanz! Lufahren! Der Gästeige, der Tode! Bitte zum Tanz! Lufahren! Das ist der König! Auf der Laufung! Der Vogel, der grausame Schöner. Der Krieger unter den Vögeln. Der Läu der Lüfte. Der Läu der Lüfte. Oh, bitte komm, du unheiblicher Krieger. Stoß herunter und schlag zu. Reiß die Gedärme dieser Kreaturen raus, die der ewige Gott geschaffen hat.